Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu diesem New Craft Day Haul. Ich habe drei Bilder und ein paar andere Sachen noch. Ich würde mal sagen, wir fangen erstmal mit den anderen Sachen an. Und dann zeige ich euch mal die drei Bilder, die ich mir ausgesucht habe. Das sind Snackbilder. Moment. So, da bin ich wieder. Ich musste noch kurz die Nase putzen. Ich bin sehr verkühlt, ja. Also mir geht es gar nicht gut momentan. Aber... Ach, seht ihr? Aber was sein muss, muss sein. Ich wollte dieses Video abdrehen, um euch die Sachen zu zeigen. Ich habe hier für Wachsgießerei, für Wachsiegel oder für meine Wachserstellung fürs Painten, einen Erhitzer. Und zwar gibt es den in verschiedenen Farben. Den gibt es den Blau, den gibt es den Weiß, den gibt es den Rosa. Und damit spart ihr euch offene Flammen. Ja, ihr erhitzt mit Strom. Finde ich eine gute Sache, weil beim Wachsgießen mit den Teelichtern und so, ja, offene Flamme und drei Katzen verträgt sich nicht so toll. Deswegen habe ich mich dafür entschieden und, ja, werden wir sehen. Ich werde es auf jeden Fall mal testen mit euch in einem Wachsiegel-Video. Und dann gucken wir mal, ob das mit dem Stecker ja dann so geklappt hat, weil das hat jetzt irgendwie nicht so gepasst. Aber wir gucken mal. So, ich packe das mal erstmal weg. Und dann zeige ich euch, was ich mir noch so ausgesucht habe. Ich habe mir diesmal nicht ganz so viel ausgesucht. Aber immerhin, ne? So, dann haben wir hier diese Folien. Die werde ich beim Resinggießen nutzen, um sie in Figürchen und so einzugießen. Ähm, Opalfarbenfolien. Die kann man sich zuschneiden und einlegen. Ich wüsste jetzt nicht, für was man die sonst nutzt. Also, wenn ihr eine Idee habt, sagt mir gerne Bescheid. Ich finde diese Folien super. Die haben wirklich so richtig schöne, seht ihr das? Richtig schöne Aurora Borealis Farben. Also, richtig toll. Das habe ich mir genommen, weil ich mir dachte, komm, das probieren wir einfach mal aus. Wir haben 4 cm mal 100 cm. Ja, guckt euch mal diese Farben an. Wenn ich damit gieße, nehme ich euch natürlich mit. Ja, auf meinem Zweitkanal und auch hier. So. Jetzt kommen wir mal zu den Diamond Paintings. Und die sind echt ein Knaller. Also, die sind wirklich sehr, sehr süß. Als erstes haben wir das hier. Das ist ein bisschen geknickt, macht aber auch nichts. Das ist das Bild Nummer 1. 30 x 30 cm, 20 Farben, runde Steine. In, ähm, 200er Tütchen verpackt. So. Im Hintergrund hört ihr zwischendurch wahrscheinlich mein Mann. Der zockt gerade. Der lässt sich auch nicht beirren. Dem ist das egal, ob ich hier Videos drehe. Kennen wir ja alle schon nicht. So, wir haben ein Beginner Toolkit. Das zue ich zur Seite. Und wir gehen ein bisschen näher ran. An den süßen, schwarzen Drachen. Ich finde den so niedlich, ne? Ob der ist so süß? Der wird auch sehr schnell gepaintet sein. Also bei dem Weiß kann man ja komplett mit Mehrfachsätze ran. Wir haben auch nur Buchstaben, keine Symbole. Und dann gehen wir mal zur Bild Nummer 2. Meine Katze will rein, aber ich habe sie gerade erst rausgelassen. Deshalb bleibt sie jetzt auch draußen. So. Bild Nummer 2 ist die Party Gans. Mit einem Anfänger Toolkit. So, diese Party Gans. Ist so eine Gans, ne? Oder Küchen? Voll niedlich. Ja. Ist sie süß, ey. 30x30, 22 Farben, runde Steine. Fantastisch. Die Steine sehen echt super aus. Und da bin ich am überlegen, ob ich die wirklich schon paintel. Die ist so süß. Ich würde am liebsten alle Bilder, die ich in letzter Zeit bestellt habe, direkt painten, ne? Aber es geht halt nicht. Es geht nicht immer. So. Die Druckqualität ist bombastisch gut. Guckt euch das mal an. So niedlich. Mit dem Partyhütchen. Mit dem Komfetti hier hinten. Ja. Süß. Echt süß. Wie findet ihr das Bild? Ist doch niedlich, oder? Das hat doch was. Ja. Das war mein Bild Nummer 2. Und mein Bild Nummer 3 ist, äh, ja. Super, super knuffig. Ich wähle in letzter Zeit auch ganz viele Snackbilder aus, weil ich halt was haben möchte, was ich zwischendurch mal paintel, wo ich schnell Erfolge sehe, weil die großen Bilder hängen einen irgendwann zum Halse raus. Wenn man wirklich gerade Probleme hat, äh, mit Konzentration oder man ist auch viel krank, dann möchte man zwischendurch was Kleines haben. So. Das ist... Oh, ist das süß. Bild Nummer 3. Und die Katzen kratzen an der Tür. Ja, ist mir egal. Bild Nummer 3 mit vielen Rot- und Orangetönen. Guckt mal diesen saftigen Rottonen. Oh. Lila Töne, grau, braun. Wir haben hier 19 Farben und die kleine Katze vor dem Fenster, während der Mond reinscheint. Oh, ist das süß. Ja, Amfänger-Toolkit auch wieder gegeben. Und, ähm, ja, das sind meine Bilder von New Craft Day. Und wenn ihr Interesse an solchen süßen Snackbildern habt, schaut mal auf der Webseite. Die haben da so viele neue Bilder. Auch mit AB-Steinen, mit Strasssteinen, mit Leuchtsteinen. Die haben da Tools. Die haben Stifte. Die haben neue Schiffchen. Koffer. Also wirklich alles, was das Painter-Herz begehrt. Stöbert mal ein bisschen im Shop. Ja. Die Links sind da unten. Einfach draufklicken und durchstöbern. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, ihr Lieben. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.